Hallo und nächste Kunde zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal voll und gleich. Mit uns beiden. Mit uns beiden Karouten. Jo. Wir sind heute in Gilde 2. Ich weiß ja, gleich ist heute in Gilde 2. Und spielt heute für euch. Jööö. Wer kann da keine gute Laune haben? Was? 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 Alter, das reicht von vorne bis hinten nicht. Leute, ihr müsst mal achten, wenn ihr, wenn er gleich spielt. Ihr müsst mal genau auf die Worte von ihm achten. Er überlegt. Boah! Da müsst ihr mal genau drauf achten. Gell er gleich? Wat du wollen von mir? Nix? Ich wollen gewinnen. Wo wollen du gewinnen? Ich wollen gewinnen. IAP8 OC7 Wir müssen mal ein Video machen, wo wir absolut nur irgendwie sprechen. So, was war denn das ey? Und das war jetzt der Kampf in Gilde 2. Seid er gleich? Also, Futurama. Der gleich ist genervt von mir. So. Ähm, Angel 9002. Sleeper Agents. Bill Daughter Rife. Bill Daughter Rife. Ein Single... Fierst... Also gar nicht... Wenn man das eigentlich nicht... Na gut. Ah, Mist. Aber wenn man das übersetzen würde, wie es ausgesprochen wird, Daughter Rife, heißt es einfach Tochter Rife. Ja, das schreibst du so daughter. Nein, aber vom Aussprechen her. Daughter wird doch D-A-U-W-H-T-E-R. Vom Aussprechen her. Jetzt kommen wir zu der Karte, die du vorhin angesprochen hast. Die Fieberträume. Fiesgeil. Öh. Hat er gleich schon wieder verkackt. Paintball Bill. Paintball Bill? Fieberträume macht das doch oben glatt, oder? Ach doch, du hast Ton. So, ich muss jetzt erstmal hier zusehen, dass ich... Also Death, Napkin Art, Draw Me Tina und Combo. Das sind keine schwierigen Combo. Alter, 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 alter. Jetzt komme ich hier mit dem Bender. Bender? Und... Am besten haust du jetzt ja genau das, der Bender. Genau. So. Das Ding ist gewonnen. Was haben wir hier für Combo? Auf die Lunge. Wir haben... Dreck, das war doch gar nicht, na? Gleich. Hm. So. Dergleich. Täglich fünf Combo gespielt. Leute. Schreibt mal... Hashtag dergleich unten in die Kommentare. Wo ich... So. Dicknass. Weil sonst sag ich immer Hashtag Gelis oder so. Schreibt einfach mal dergleich. Was ist mit dir los? Bist du krank? Ja, auf jeden Fall. So. Dodgeball-Louise ist natürlich ne schöne Sache. Und wahrscheinlich... Na, Chéle-Méneux ist auch nicht schlecht. Chéle-Méneux. Oder Chéle-Méneux oder wie das? Chéle-Méneux. Genau. Genau. Kennst du doch. So, also. Und jetzt... Herr Gleich müsste eigentlich inzwischen... Herr Gleich ist ein französischer Profi, wie wir aber alle wissen. Herr Gleich müsste das eigentlich wissen. Weil Herr Gleich hat den französischen immer Einser gehabt. Und auch im Abitur hat er eins gehabt, wo er das Fach gar nicht mehr gehabt hat. Weil er immer einen Einser gehabt. Was? Erzählst du? Leute, in der... Also, erstmal Herr Gleich hat die Sprache gemacht und hat die dann gewählt und hat er nur noch Einser geschrieben. Also, es war eine sogenannte Telefonie. Erzählst du? Also, Herr Gleich waren Einserschüler in Französisch. Äh... Und in Physik. Genau. Umgekehrt, ja. Ja, gut. Sechs jetzt nicht, aber... Aber so Vierer waren Standard. In Französisch. In Französisch. In Französisch. Und Physik. Herr Gleich hat immer eine Eins gehabt, der lügt. Nein. In Französisch 1,1. In Französisch nicht, nein. In Französisch nicht, nein. Der hat sogar im Abi hat er nuller Schritt. Pff, weil ich es ja vorher schon abgewählt habe. Ja, ich weiß. Aber in Abi hat er nuller Schritt gehabt. Ja, alles klar. Quasi hat überall volle Punkte. So, jetzt... Geht er gleich? Und in Französisch hat er 15 Punkte... Wie viel gibt's denn heute? 15, was? Äh... Du machst gerade wieder mein Hirn kaputt. Echt? Und ich war... Ja. Das schaffst du jedes Mal. Brain Breaker. Ey, gleich. Kämpfest du mal. Aber die sind doch ganz so schwer, die Gegner zu voll auf, haben sie mir gesagt. Oder? Halt doch jetzt einfach mal deine Klappe, Kass. Kann doch nicht wahr sein. Ehrlich wahr? Ey Leute. Irgendwo dachten wir mal das an. Ey, das ist... Das ist so anstrengend gerade. Anstrengend? Ja, das ist super anstrengend gerade. Anstrengend? So, jetzt mach ich erstmal den da und... Ja, Krippel mal runter. Ja, das... Mir bleibt gerade nichts anderes übrig. Was soll ich machen? Es ist zum Verrück... Boah! Alter Vater, jetzt... Der gleich hat's geschafft! Leute! Hashtag Herrgleich ist der Sieger. Ich hab's gewonnen. Oh mein Gott. Hashtag dergleich und Hashtag Herrgleich ist der Sieger. Ne, was ist das gerade hier? Was denn? Was sind denn das hier für... Was ist da los? Hashtag? Was? Was? Ne, was? Ja, wenn du dich mal auf das Spiel... Auf die Spiele konzentrieren würdest, nicht? Und auf dein komische... Was weiß ich... Da würdest du feststellen, dass das hier ganz schön starke Gegner sind. Irgendwie. Ich weiß, was du vor der Aufnahme zu mir gesagt hast. So, ähm... Wiking... Alter. Das heißt, ich so dumm an. Wikinger-Peter. 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 So, und James O'Hank ist jetzt hier Feierabend. Ah! Du machst mich verrückt! Ja, du kannst deine Herzeige sich selbst erzählen. So. 31. Oh Mann ey. IAP80C7. Was auch immer das bedeutet. S-I-E-G. H-E-R-R-G-L-E-I-C-H. H-A-L-N-O. Ähm, ja. Christian H-1097. Dann haben wir die Fahrt-School. T-H-R-I-S-T-I-A-N-H-1-0-9-7. Ne, sofort hat er auch irgendwann mal scheinbar gelernt zu buchstabieren. T-I-A-N-H. Das ist ja Wahnsinn. Ist ja echt Wahnsinn. I-C-H-B-I-N-M-O-N-A. Er ist so, so toll. Er kann sogar buchstabieren. B-E-N-B-E-R. Also das am meisten dislikete Video ab sofort auf dem Kanal. Das sagst du jedes Mal. Das sagst du einfach jedes Mal. Nein, das sage ich nicht jedes Mal. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Tja, unser höchste dislikete Video hat 31. Stimmt, das ist so ein ganz altes. Nein, das ist kein ganz altes. Das ist eins, was wir vor einem Jahr gedreht haben ungefähr. Ja. Es ist nicht alt. Nein, vor einem Jahr ungefähr. Das ist nicht alt. Jetzt ist unsere YouTube-Zeit. Und gleich hat da einfach... Wir haben da... Das ist unser meiste glücklichstes Video der meisten Dislikes. Das ist eins der ältesten Videos. Leute, ihr müsst jetzt einfach mal auf YouTube gehen, dann auf Videos. Also bei uns auf Filter. Und dann müsst ihr auch größte Beliebtheit. Guckt euch das einfach mal an. Das ist... Der Bildschirm ist kleiner als das Schwarze. Ja. Dann Herr Gleich redet so wie an einem... Ja, wie als wüsste er jetzt einen Satz ganz komisch vorlesen. Wie ein Roboter. Das war noch voll witzig. Oder unser erstes Video. Leute, in unserem ersten Video haben wir gesagt... Ja, also... Das Video fing an. Erstmal kein Ton. Dann... Und... Und heute gucken wir uns das Spiel an. Und zum Schluss... Nun haben wir den Multiplayer gefunden. Und dann... Bam. Weg. Es raus. Werde gleich? Ich... Weiß es nicht mehr. So... Mein Hirn ist total kaputt. M-A-S-O-N-M-5-5-0. K-L-A-U-S-H-E-I-S-L-E-R. Ah, ja... Der Gleich Almost. Ist das mal ansprechbar? Nein! R-E-D-R-O-D-R-E-R-E-R-E-R-E... Sorry. Es tut mir echt leid für seine geistigen Ergüsse. Kann ich leider jetzt gerade nicht. Ich muss mich echt bei euch entschuldigen, es tut mir leid. Hallo? Du musst dich doch nicht für mich entschuldigen. Doch. Leute, all die das witzig finden, schreiben einfach mal Hashtag sofort die Unity in die Kommentare. Und da ist ein Like da. So, Degnas. F, R, U, Y, I, M, R, O, F, T, E, R, K, O, S, T, I, M. Vergleich? Vergleich? Ich verreck hier gerade. R, U, B, Y. So viel, so viel. Also, ich, ich mir fehlen die Worte. C, H, E, X, L, E, M, E, N, E, U, X. Oh, Mann. Herr Geist ist gerade ein bisschen brain-tackt. Ich glaube nicht nur ich. Hä? Das ist ja, wenn wir nicht direkt daneben sind, ist das bestimmt gar nicht so schlimm. Ich sitz weit weg vom Mikrofon, Herr Geist. Toll, sehr nah an meinem Ohr dran. Nein. Das macht die Sache nicht besser. Doch. P, U, R, P, L, E, S, M, O, K, E, 2, 1, 1, 2. B, O, B, B, Y. Soll auch Leute geben, die sich unter Umständen eventuell auf ein solches Video mal gefreut haben. Ich glaube, die Freude hast du den gerade richtig zerstört. Leute, ihr müsst einfach ein Biker lassen, okay? Dafür, dass ich es nochmal brauche. So. Dass wir ein Video machen sollen, wo wir nur buchstabieren. Nein. H, A, L, 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 O, U, N, D, H, E, R, Z, L, I, C, H. Ich bin froh, wenn jetzt das gleiche vorbei ist. D, I, L, L, K, O, M, M, E, N, Z, U, E, I, N, E. Nein, er nimmt weder Drogen noch trinkt er Alkohol. Er ist wirklich so. Ich war beides nicht wahr. So, also, das war jetzt hier der Kampf von Gilde 2. Gegen die Sleeper Agent nicht. Mega schlecht abgeschnitten. Oh, wer? Oh, das war der stärkste von denen. Der eine da immer mit diesem. Ein. 91, okay. Also. Schmudi, Gotti, wer? Uh, alle Hunde. Das ist schon. Yay. Das haut schon rein, ja. Das haut schon rein. Wow. Da bin ich. Da bin ich gewesen. Ich bin im Fernsehen. So, ich glaub, wow, 47. So, warte mal. Also, das ist schon. Also, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr... Hast du ein Match verloren? Nein. Ich hab kein Match verloren. Würde ich mich sehr übern Liken, Abo und Kommentar freuen. Bis dahin. Und noch mal. Und. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.